Hallo, Servus bei MonacoLyx, schön, dass du wieder draufgeklickt hast, ich bin in Regensburg, es ist 0 Uhr und ich würde sagen ab zur Candylicious Party, denn da bin ich heute Abend eingeladen, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet, ich hoffe lauter sexy Boys und heiße Jungs, also nix wie hin. Gehen wir da lang, oder? Gleich gehen wir zum Mensch Markus, habe ich gerade erfahren, wo er ist, aber wer würde nicht gerne in dieses Bad, oder? Komm gleich wieder, suchen wir den Mensch Markus, oder? Unseren Blogger, genau, wo ist der Mensch Markus? Es kommt nach und nach, komme ich immer näher. Da komm her. Also das ist der Matthias, ich bin der Lucky, und du bist der Markus. Grüß dich. Ich glaube, wir sollen noch schnell das Selfie machen, dass du uns auch reinbanken kannst. Auf jeden Fall, und Leute, aufpassen. Ja, gib mir mal dein Handy, ich mach das. YouTube, Monaco Deluxe, jetzt schon mal draufklicken und abonnieren, weil dann verpasst ihr das Video nicht. Also, Monaco Deluxe, YouTube, ihr wisst sofort, es ist kein Mord. Hier schaut's auf jeden Fall rein, ich bin gespannt, also wir lassen uns überraschen. Du berichtest über andere Partys auch? Nein, nur über eine. Nein, nur über die beste Party, oder? Bis jetzt, ja. Also, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich komme aus München nach Regensburg, und die Party ist jeden Kilometer wert. Jetzt machen wir noch schnell das Selfie für den Blog, weil dann müssen wir wieder weiter. Ja, arbeiten, gell? Ja, wir haben es nicht einfach. Nein. Genauso wie du. Ja. So. Eine Louis Vuitton-Handyhülle, ich glaube, der Blog läuft, ehrlich. Ja, ja. Schöne, ja. Meine Hund. Ja. So, damit ich sagen kann, nur an der Bar. Ja, ja. Das ist Sammy, der Veranstalter, und wir klicken jetzt erstmal auf eine mega geile Party. Der wichtigste Platz in einem Club ist das für mich beim Feature hier rum. Und schaut mal hinter mir, Hammerfreude-Party hier, Hammer-Mega. Leute, es ist so geile Stimmung hier. Wuhuuhu. Was du heute kannst besorgen, das schiebst du ganz in Schwung. Und wir sind jetzt gerade Backstage bei Mammeln. Und Sammy, guckt euch mal hier an. Mann, ich sag's euch, Backstage- und VIP-Bereich, das ist mein Zuhause. Jetzt habe ich mich total verquatscht hier im Backstage- und VIP-Bereich. Der Club ist schon fast leer, aber es ist auch schon echt spät. Aber ganz ehrlich, mit den zwei Jungs will ich euch auch reden, um euch verquatschen. See you guys. So macht doch Party richtig Spaß. Die letzten süßen Teilchen werden hier rausgeschoben. Und der Candy Shop schließt sozusagen. Und die nächste Candylicion ist wann? Am 11. November. 11. November, da freuen wir uns schon drauf. Wie hat's dir gefallen? Heute ist Sammy übrigens der Veranstalter. Aber ihr habt es ja schon gesehen im Video. Cool, das. Wahnsinn. Das ist wirklich noch gar nicht viel gewesen. Das ist wirklich daheim auch hinter mir. Ihr seht noch, es ist irgendwie 5 Uhr. Der Club macht zu. Und trotzdem ist noch Stimmung und keiner bin heim. Ich hoffe, die kleine Reise nach Regensburg hat euch gefallen. Und das Video natürlich auch. Lasst mir einen Daumen hoch da noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Oder auf der nächsten Candylicion. Also bis bald. Ciao.